Hallo ihr Lieben, ich danke dir euch sehr, dass ihr zu meinem Podcast eingeschaltet habt. Wenn das nicht die erste Folge ist, die du von mir siehst, dann willkommen zurück. Wenn das die erste Folge ist, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier normalerweise mit in die Welt zwischen meinen Worten, aber in dieser Serie nehme ich dich mit in die Welt zwischen die Worte der anderen. Und heute ist das Joanna Penn. Joanna Penn ist eine meiner liebsten virtuellen Mentorinnen. Witzigerweise habe ich gerade einen Podcast von ihr gehört, die 500. Folge von ihrem Podcast, in dem sie genau auf dieses Mentoren-Sein noch eingeht, dass ein Mentor nicht zwangsläufig jemand ist, diese Bücher machen mich wahnsinnig, nicht zwangsläufig jemand ist, den man sieht und der einem direkt sagt, was man selbst zu tun hat, sondern jemand, an dem man sich orientieren kann. Und in vielen Bereichen ist das tatsächlich Joanna Penn für mich. Joanna Penn hat einen wöchentlichen, großartigen Podcast für Autoren. Er heißt The Creative Penn. Und sie spricht darüber so offen und so innovativ und interessant über die Buchbranche. Sie kommt aus UK. Das ist mich total mitreist, weil sie einerseits einen total einlädt in ihr eigenes Leben und erzählt, aber sie ist so wahnsinnig interessiert und kennt so viele Neuerungen, beschäftigt sich mit so vielen Dingen, ist teilweise viele Schritte voraus oder zu früh dran gefühlt. Aber dadurch hat auch immer einen riesigen Vorsprung. Sie hat schon, ich glaube 2009 hat sie mit dem Podcasten angefangen. Ein bisschen früher noch mit dem Self-Publishing. Und ja, war für manche Sachen vielleicht zu früh, aber ist dann jetzt halt komplett drin. Und momentan ist eines ihrer wichtigsten Themen Audio. Audio, also Podcast sowieso, aber halt auch Hörbücher. Bücher diktieren, nicht schreiben. Und was war es noch? Was ich total spannend fand, seine eigene Stimme quasi einscannen zu lassen, damit jemand anders sie dann buchen kann. Damit jemand anders künstlich die eigene Stimme buchen kann und die eigene Stimme liest dann das Buch vor, ohne dass man selbst etwas damit machen muss. Das geht natürlich für Romane nicht so richtig, weil man ja an manchen Stellen schon schneller liest, langsamer liest. Aber für manche Sachen ist es glaube ich super interessant und sie inspiriert mich wirklich in jeder einzelnen Folge mit ihrem Podcast. Und heute möchte ich dir ein Buch von mir vorstellen, das heißt Audio for Authors. Und in diesem Buch geht es halt darum, wie wir es schaffen, mit Audio-Inhalten oder überhaupt mit Audio, ja, als Autoren unsere Reichweite zu erhöhen, unsere Produktpalette zu erweitern, ja, wie wir einfach dieses Medium Sprache durch Aufnahme nutzen können, nutzen können. Für uns als Autoren nutzen können. Und was ich ganz cool finde, dieses Buch teilt sich in zwei große oder in drei große Teile, wobei der dritte Teil halt, wie gesagt, eher so ein Blick in die Zukunft ist, finde ich. Auch wenn es schon komplett genutzt wird und so weiter. Für mich ist es aber eher so ein Blick in die Zukunft. Der erste Teil beschäftigt sich mit Hörbüchern und der zweite Teil mit den Podcasten. Und der dritte Teil sind dann halt Stimmtechnologien, also sowas wie Speech-to-Text, also Diktieren, Text-to-Speech, ist ja auch genau diese Sache. Voice-Assistance, Smart Speakers, Optimizing Voice, AI in dem Bereich dann halt auch, weil es inzwischen auch halt wirklich diese Hörbücher gibt, gesprochen von Computern. Das Spannende ist, dass man bei bei Audible so ein Buch nicht hochladen darf. Also es ist wirklich noch in den absoluten, nicht mal Kinderschuhen, sondern sind noch sind noch Embryonen, keine Ahnung. Aber ja, es ist ein Thema. Und dieses Buch, das Coole bei den Büchern von Joanna Penn ist, dass sie ja, sie sind so geschrieben, wie sie spricht. Also wenn man ihren Podcast kennt, dann hört man sie einfach dabei. Und sie spricht natürlich die Bücher auch, man kann sich auch das Hörbuch dazu holen. Aber es ist einfach super spannend, weil sie, ich meine damit jetzt nicht unbedingt den Singsang ihrer Stimme, den man in diesen Büchern auch hört, sondern man liest diese diese Detailverliebtheit im Sinne von, dass sie einfach unfassbar viel weiß und dieses Wissen teilt. Und das finde ich so mega cool bei Joanna Penn. Und fünf Minuten sind um. Ich will diese Rezensionsvideos nicht länger als fünf Minuten machen, deswegen schließe ich das jetzt ab. Empfehle dir dieses Buch extrem. Joanna Penns Podcast, wenn du das Englische, möchte ich genug bist, um englische Podcasts zu hören, dann hör unbedingt rein. Ich finde sie großartig. Es sind so unfassbar großartige Interviewpersonen immer in ihren Podcasts mit drin und es lohnt sich total, ihr zuzuhören. Und jetzt danke ich dir, dass du dir dieses Video angesehen hast. Gib mir gern einen Daumen hoch und kommentiere gern unter diesem Video, ob du Hörbücher magst oder nicht magst als Leser und als Autor, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, deine Bücher selbst als Hörbücher einzusprechen. Ob du überhaupt Hörbücher für deine Bücher möchtest oder ob du das machen lassen wollen würdest. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du mich hörst, liest, siehst. Mach's gut. Deine Andrea. Ja. 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 Ja.